Bhagavad Gita, Vers 2.66 Wer nicht im transzentralen Bewusstsein gründet, kann weder einen kontrollierten Geist noch stetige Intelligenz besitzen, ohne die es unmöglich ist, Frieden zu erlangen. Und wie kann es Glück ohne Frieden geben? Erklärung Solange man nicht Krishna bewusst ist, kann man unmöglich in Frieden leben. Deshalb wird im 29. Vers des 5. Kapitels bestätigt, dass man nur dann wirklichen Frieden finden kann, wenn man versteht, dass Krishna die einzige genießende aller guten Ergebnisse von Opfern und Bußen, der Eigentümer aller universalen Manifestationen und der wirkliche Freund aller Lebewesen ist. Wenn man nicht Krishna bewusst ist, kann der Geist auch kein endgültiges Ziel haben. Solange ein endgültiges Ziel fehlt, treten Störungen auf. Doch wenn man mit Sicherheit weiß, dass Krishna der Genießende, Eigentümer und Freund jedes Wesens und aller Dinge ist, kann man mit ungestörtem Geist Frieden finden. Es ist daher gleichgültig, wie sehr sich ein Mensch bemüht vorzugeben, Frieden und spirituellen Fortschritt im Leben erlangt zu haben. Denn solange er nicht in Beziehung zu Krishna handelt, ist er dem Leid unterworfen und findet keinen Frieden. Krishna-Bewusstsein ist ein friedvoller Zustand, der nur in Beziehung zu Krishna erreicht werden kann.